hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen folge hier aus dem landwirtschaft simulator 19 hier von der entkrieg map aus dem mega mega projekt ja wir haben in der letzten folge haben wir hier den hühnerstall neu gesetzt beziehungsweise weggemacht und das daran angeglichen ja hier haben wir die pferde hier standen ja vorne diese komischen roten hallen und ja genauso ja heute machen wir sind weiter mit bauen mal mit nach talen und so wie heißt das so ja gucken wir müssen noch so hier bisschen ausgleichen können bisschen umgestalten hmm dann machen wir mal ein bäumchen drauf ein bäumchen oder so und noch ein bisschen umändern malen nach zahlen und Einmal. so haben wir unseren pfiffi haben wir ja schon ja dann werden wir mal die fahrzeuge so war ich wieder für die mann hol holen die weg stellen alles unterordnen knicklenker ist nicht mehr voll ja ja Aber ich lerne das, irgendwann mal. Aber jetzt haben wir es. Mal gucken, ob wir den Gropper da reinkriegen. Nicht, dass der zu hoch ist, äh, der Gropper zu hoch ist. Ist der denn doof? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sieht jedenfalls intelligent aus. Was haben wir noch? Ach je, die, die, die eine Drille noch. Was haben wir noch? Ja, Gott sei Dank, wir haben keine Fußzerstörung. Und wer hat schon längst glatt hier? Ja. Ach nicht. Warum? ich habe gerade reingefahren na So, aber jetzt haben wir hier nur unseren Hänger Können wir erst mehr vorne in die Seite stellen Schieben wir rein Wir haben einen Steinsammler Für den führen wir auch noch ein Plättchen Wir haben einen Steinsammler 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 Wir haben einen Steinsammlater Ah, der schöne Haffer. Der schöne Haffer. Da oben gleich mit dem Gubber drüber nachher. Da oben gleich mit dem Gubber drüber nachher. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen wir da hier runter, ist der Tredisch. Das habe ich nicht aufgepasst. Ach, so doof, dass der Hafer hier verloren ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kann man halt nix machen. Okay. 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 Bye. Das ist ein Lager. zum glück halten brauchen wir nicht ja Wenn man es gleich mit Lenkrad hat. Besser hin. So. 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 Ah, ich weiß, was ich mache. Das war hier. Guck aber das Stück nach. Guck aber das Stück nach. Guck aber das Stück nach. Es geht nicht los, aber ist so. Na ja, können wir halt nicht ändern. Müssen wir was da hinnehmen. Irgendwann mit Stein sammler. Rüber. Wir könnten wir eigentlich auch gleich machen. Ähm. 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 Ja, lassen wir das so. Auch nicht mal schnell. Was haben wir denn noch? W-M-M-M-M-M-M-M-M-M? Äh, wo ist er denn? Achso, wir wollten hier noch das weg sammeln. Ach, da steht noch alles hier. Ich wollte schon sagen. Können wir euch mitnehmen? Dann wollen wir gleich mal den Helfer nutzen. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, verdor! Oh, verdor! Haben wir zwei Lachen? So, das ist ja der. auch gleich mal ihn hier zwischen nein Vielen Dank. Vielen Dank. Schaluppen zu. 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 Schaluppen zu.